Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Das Produkt von drei aufeinander folgenden ganzen Zahlen ergibt 1716. Frage, wie viel ergibt die Summe dieser drei Zahlen? Da die Einerziffer von dem Produkt 6 ist, können die drei Zahlen nur enden auf 1, 2 und 3. Und wegen der Größenordnung des Produkts können wir so sehr schnell erraten, dass die drei Gemeinden aufeinander folgenden Zahlen 11, 12 und 13 sind. Dieses Produkt ergibt effektiv 1716. Und die Summe dieser drei Zahlen ergibt 36. Die richtige Antwort auf die gestellte Frage ist also 36. Die nächste Frage der Mathematik Olympiade werden wir im nächsten Tutorial beantworten.